Musik Zwei Tage im Januar sind vorbei und es geht jetzt in der Nachtbus nach Mandalay. Wir haben den Bus vom Massen ausprobieren lassen und ganze 18.500 Schatten Euro bezahlt, was so etwa 18 Euro entspricht. Der Bus wirkt ziemlich komfortabel. Wir haben eine Decke und Wasser. Das Wasser habe ich mir noch mitgebracht und ein Entertainment System. Danach berichte ich die Fahrbahn.